Hallo liebe YouTuber, jetzt sehen wir wieder an mein kleines gemachtes Dringer, Teil Nummer 2. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, ich habe jetzt viele Löcher angemacht, mit einem Akkuschrauber. Jetzt schließe ich wieder mit dem Akku an, wie ihr das schon kennt. Ersten Polo. Ich pulle jetzt um, jetzt bin ich lauter. Pulle nochmal herum. Noch mal. Diese Ringer hat noch keinen Namen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.